Wir sind wieder da, kurze Unterbrechung gehabt, Anruf, ähm, ja, die Höhle ist riesig, es sind einfach kein Ende mehr. Ich muss jetzt mal das ganze Wasser hier weg und machen. Das ist was noch größer bei dir? Nur ein klein wenig. Nur ein klein wenig, also wie das geht, also. Zwei bis drei Quadratmeter, Quadratkilometer, Quadrathektar. Loll, den Zombie schwimmt nach oben. Nicht nach oben, auch hier oben ist auch noch mal was. Gehen wir langsam. Du hast mir nicht nur künftig mit Eisen und Kohl. Ja, ist aber ein Masse-Expert. Ah, ah, den hab ich jetzt gar nicht gesehen. Kann man nicht mal in Ruhe Eisen hier abbauen, ey. Spacken, Lacken. Ich möchte jetzt mal hier. Ich hab noch nicht mal die Eisenspitzsacken angefangen. Ich hänge immer noch bei Steinen. Die für zwei Monate schmecken echt klasse. Die sind wirklich arschalt. Ich hab die noch nicht mal gewechselt. Deine Unterhose, ne? Nein, die Chips. Oh, Obsidian. Na, ich baue es ab. Ja, ich hab auch mit dir, Mann. Stink doch. Zum Lümmel. Nehme ich einfach schon mal wenigstens die, äh... Mal hier mit rein. Und setz die hier runter, meine Fackeln. Ich hab schon, ich glaube, drei Stecks Eisen. Äh, Kohle. Leute, ihr seht. Bei mir geht's jetzt langsam los mit Lava-Problemen. Und... Diamanter! Diamanter! Okay. Meine Klackenachkender. Wenn es hier irgendwo so ein Fotzenhobel kommt, ne? Ach, hier hinten geht's nochmal, Mann. Ach, hier oben auch nochmal. Mensch! Ich denke mal, wir haben erstmal nur Folgen mit Höhlen. Ich hab nur Wasser. Nur Wasser. Hast mich ja ausleuchten, ey. Ich hab da irgendwie mal... Ich hab da irgendwas hin und mir sparen. Mh, Michael Bay. Du verschwindest dort nun jetzt mal schön, ne? Mh, mh. Aber ja, ne, Michael Bay. Ach, nein, ey, Lava. Bist'n du. Hm. Hier unten. Blödsinn. Diese Diamanten. Am Lava-Becken. Es muss immer wieder am Lava-Becken sein. Bist'n du genau. Warte mal. Ich verfolgt auf jeden Fall ein Skeletzer. Ach du Scheiße. Noch mehr Kohle. Und wieso guckt er das Creeper? Möchtest du blöde an? Der Creeper, nicht das Creeper. Das Creeper hab ich gemeint. Beschützt du mich von hinten? Warum soll ich dich beschützen? Ich bin grad selber auf dem Weg dahin. Ach du brauchst dich rüber. Oh. Da bist du. Warte. Und wo kommt denn der jetzt? Ich beschütze dich jetzt einfach nur. Boah, verpiss dich. Was ist denn mit der Steuerung hier? Das ist ganz anders. Fuck. Was? Ich weiß nicht. Soll ich vorgehen und den plattmachen? Warte. Den mach ich jetzt. Der ist aber nur auf mich. Fick's hier. Der guckt nur mich an hier. Dieses Monster. Gut, dann kann ich. Warte. Du könntest eigentlich vorbeigehen. Genau. Hä? Genau, das ist so ungünstig. Und ich hab ihn wenigstens versucht abzuwerfen. Rausgewerft. So, ich hab auch nochmal das Diamantengelumbe mitgenommen. Warum schmeckt das? Warum schmeckt... Schmecken die jetzt nach Nutella? Ey, das gibt's nicht. Hast du dir noch den Weg gemerkt, dass du deine Spalte hast? Ich brauch Befehlen. Ich glaub, ich hab eine Spalte. Oh Gott, wenn's mich jetzt hier raus treibt, ne? Das ist Lava. Deswegen solltest du eigentlich auch passen. Nee, nein, du kennst mich. Du kennst mich, Jan. Du kriegst mich da nicht rüber. Drum. Jetzt kannst du rüber. Mal Kohle hier. Irgendwo ist ein Zombie. Jetzt kannst du unbeschwert rüber. Jawohl. Ich brauche das nicht ab. Dafür gibt's Peter, ey. Peter, Bestrafung. Also hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Weiter. Weiter, Mr. Writer. Mensch. Was ist denn das hier? Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist nur Laiber. Edelf Heidler. Edelf Heidler. Der Führer. Da geht's nicht weiter. Ne, leider. Weiter. Leider weiter. Umso mehr du nach unten kommst in dieser Tüte, umso mehr schmeckt's nach Arsch. Geht's da hoch? Hoch, denk ich schon. Ja, geht hoch. Warte, ich teste. Wo? Es geht nicht nur hoch. Ah, 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 dieser Schmerzen. Wo ist denn der? Na, da unten. Können wir weg, dann. Ja, warte doch mal, ich lass mich doch erstmal hier durchbauen. So, jetzt hab ich meine Fackle weggebaut. Alter, hör mir zu Ende. Da ist irgendwie ein Bogen jetzt ganz gut. Warum? Du gehst einfach hin und machst den hier. Wenn nur das ein Wale-Blava ist. Wale ist Wale. Leute, wo ist denn das Skelett hin? Ja, da hinten. Bin gleich tot, ne? Geschützt dich. Ach, du Scheiße. Mich hat's in der Ecke reingedrängt. Ich will raus. Soll ich abbauen hier oben? Scheiße, warte mal. Scheiße. Nein. Was? Nein. Was? Leute, ich helf dir. Bin hier. I am hier. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, aber hier hinten. Ja, warte. Und hier auch. Wait a minute. Was ich also machen muss, ist jetzt auf jeden Fall, dass man jetzt keinen Sandbrand oder so bekommt. Mondbrand. Oder Mondbrand. Ich will hier die Gardin davor machen. Mit dieser Arsch. Ah! Was denn? Was denn? Jan! T-Rex! T-Rex! Wo bist denn du? Ich hab dich verloren. Vom Radar. Du bist schon da hinten. Oh, ich hab gedacht. Na ja, geht's mal hier durch. Das haben wir jetzt eigentlich das Diamant-Scheiz mitgenommen. Aber klöpfe. Ja, ich hab mitgenommen. Apoploplöpfe. Das waren aber bis zwei. Aber vielleicht finden wir jetzt leider noch mehr. Ein paar Nüs wär das. Das wär Glöckler. Hei Glöckler. Gekökst. Ich hab Gold gefunden, Kohle und Röckstorn. Ich find hier meistens immer nur ernst. Nein, 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 nein. Macht nix, ich hab die Diamanten. Wenn du ne sterben bist alleine. Hat versucht in Lava zu schwimmen. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo du lang gehst. Ich mach einfach gerade durch. Delfine wissen immer, wo es nach Hause geht. Delfine helfen. Vielleicht hab ich immer ne Kotte dabei. Delfine helfen Downies auch das Schwimmen beizubringen. Von daher wissen die auch, wo es nach Hause geht. Aber gut, dass nacht ist. Ich kann katzen. Ich hab alles verloren. Was hast du denn eigentlich so gehabt, alles? Eisen. Den hab ich ja auch. Ach so, irgendwas gehabt, was ich nicht hab. Lapislazuli. Na, das ist jetzt nicht so extrem. Ich weiß nicht, wo es nach Hause geht. Ich geh jetzt nicht weiter. Komm her, mein Freund. Komm her, ich versuch es hochzukommen. Ich fühl mich hier richtig... Ey! Du Sniper-Wichser. Ja, ich hab's gefunden. Du bleibst dort. Na, ich geh da nicht mehr runter. Ich sterb dann immer. Ich hab dann vergessen, dann zu schlafen. Deswegen bist du dann woanders gespawnt. Stimmt. Ich hab's gegenseitig mitnehmen. Ich warte jetzt hier noch. Ja, im Bett. Ich muss eigentlich mit Polatik jetzt noch aufgemacht haben. Ich bin Kaffee-frei momentan. Kaffee? Kaffee? Ist das so... Schweizer Kaffee? Na, jetzt kommt wieder so ein scheiß Zombie-Geräusch. Das passt mir gar nicht. Warum nicht? Weil ich hier am Abbauen bin. Wir haben so wenig Kohle momentan. So. Cola-American-Taste. Von gutem Winstich. Wir sind so arm. Wir können uns gerne gute Cola leisten. Ich bin jetzt im Offen mit zwei Monate alten... ...Chips-Krümel rumzuschnippeln. Partikel. Partyartikel. 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 Nee. Nee. Glieder. Ich bin da. Ich bin da. Bin ich ja gerade gekommen. Hier waren wir noch nicht. Aber... Nee, alles wo dunkel ist, machen wir nicht. Da ist ein Creeper. Umarm ihn mal. Nee, nicht nur ein Creeper. Ich habe Angst, dass was von hinten kommt. Das haben viele. Angst, dass was von hinten kommt. Mann. Ja, Rückstoß hatte ich gleich zerfetzt. Schleim. Schleim. Geh mich nicht so an. Nein, 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 nein. Frankenstein. Machst du, du. Handylade. Handylade. Wo sah man denn Handylade? So eine Erektion. Kommst du mal hoch? Ja, ich würde es mal weg finden. Also hier finde ich jetzt wieder da lang. Gut. Guck mal, das Schwein vergewalt ich mich. Ich will das nicht. Und hier ist das Ende. Guck, jetzt bumse ich das Schwein. Yey. Yey, am Pond. Wie kommt das eigentlich in unsere Flipperhöhle? Das Vieh. Keine Ahnung. Ist doch so gut getan. Ob das ist ein Scha... Nein. Sitz sich. Perpiss sich aus unserer Höhle. Perpiss sich. Oh, ich bin das mal. Hallo? Hallo? Ich hab nichts dran. Kuckuck. 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 Kuckuck.